Schön, Sie hier in Aachen zu sehen, General. Fall Gelb von Mannsteins Plan für den Angriff auf Belgien, Luxemburg und die Niederlande wird Ihre Fähigkeiten wahrlich auf eine harte Probe stellen. Wie Ihnen vielleicht bereits zu Ohren gekommen ist, gibt es reichlich viel Gerede unter bestimmten Generälen, dass dieser Plan für nichts weiter als einen Panzerfriedhof sorgen wird. Strafen Sie diese Schwarze ihr Lügen und gewinnen Sie Erich von Mannstein als einen mächtigen Verbündeten. Ihr primäres Ziel besteht darin, die französischen, britischen und belgischen Verteidigungsreihen zu durchbrechen und den Ärmelkanal zu erreichen. Das Oberkommando ist der Meinung, dass wir bis zu den Kreidefelsen von Dover gelangen können, wenn wir es schaffen, unsere Ziele schnell genug einzunehmen. Mit Hilfe der Ardennen können Sie die Maginot-Linie umgehen. und den Feind bei Sedan angreifen. Diese riskante Strategie gibt Ihnen die Möglichkeit, einige Ihrer schwierigeren Ziele von den Flanken aus anzugehen. Bei diesem Unternehmen steht die gesamte deutsche Nation hinter Ihnen, General. Enttäuschen Sie uns lieber nicht.